einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight kill allein so ich muss noch mal mit freddy weil ich habe noch eine daily mit freddy wieder eine daily mit freddy ich brauche kaum jägerpunkte ich glaube mein erster ich sehe es ich hasse diese körper so sowas so vollgestampft mit paletten es ist echt widerlich also hier versagen ich definitiv gebt euch Briefe und Siegeltrappen hier versagen ich nach ganz hohem Niveau ja 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 Was ist das? Ach, ganz humble, was auch ist hier Also wenn ich meine Däden fertig habe, dann ist das schon viel wert. Gut, den könnte ich, ne den kriege ich nicht. Doch, kriege ich. Jawollu. Ausgetrickst. Edgy bitch. Das ist auch, glaube ich, der einzige mit der Taschenlampe. Oh, du bist ja noch verletzt? Komm zu mir aus dem Fuß. Verdammte Axt. Ist ja auch noch eine Palette. Eher erwischt. Komm her. Haken, 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 Haken. So, schon mal zwei Haken wenigstens. Ich mach mal hier ein bisschen. Bleibs hier hin. Oh. So, du darfst nicht blenden. Oh nein, ich habe ihn nicht. Okay. Ein Vollgestirn. Ja, ja, rennen die noch vom Haken. Ich mache erst mal alle Paletten mit Steve kaputt. Diesmal nicht. Öff. Oh, schade. Haken, okay. Das Schöne, ich höre jemanden. Wer hier ist. Wie habe ich denn den noch erwischt? Weckt mir doch. Hier sind noch mehr Paletten. Komm her. Hallo, komm her. Oh. Nein. Nein, 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 nein. So, ja, das ist total bescheuert. Aber ich renne dir jetzt hinterher. Das können wir machen. Komm mal los. Ich bin doch nicht dein Pampel. Ja, ich habe mit der Runde sowieso schon abgeschlossen, so wie ich die Map gesehen habe, von daher. Los, Steve! Das sind auch deine Punkte! Das sind auch deine Punkte! Hallo? So Nia, ich habe dich gefunden. Leon, dich hatte ich ja noch gar nicht. Komm zu Mami. Ach nein, Paletten. Und dort drauf. Schnelle Gleiter. Jetzt noch mal zurück. Hallo, wieso kann ich da jedes Mal drüber springen? Der Affenkopf. Der andere war auch hier. Ich wusste es. Hier steht noch eine Palette. Also diese Map ist Paletten übersudelt. Ganz ehrlich. Ist doch nicht normal. Ich bin ein Haustlein, Steve. Ich bin ein Haustlein, Steve. Oben. Wenn ich jetzt wüsste, wo der hingerannt ist. Schon wieder. Ich bin eigentlich oben noch. Ah nein, ich bin schon fertig. Aha. Ja, T-Becke mehr. Ich bin in der Runde. Ja, mit der Runde habe ich schon abgeschlossen. Jetzt wollen sie das wissen, oder? Geht doch raus. Rums! Hä 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 Entschuldigt bitte noch! Der hat so groß geziebeckt. So kotzig Kom ooo! Ja, das ist egal. Gemeinspaß war es wert. GG. Sehen lieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen rastlichen Tag und freue mich auf die nächste Runde von Dead by Daylight. Bis dahin. Ciao.